Äh, it's me, Muffin, und wir sind in der Pokumplatizolin-Challenge mit Trudel. Äh, ja, und Muffi. Lol, moin. Nächster Doppelkampf gegen Psychos. Auf, auf. Musst ein bisschen reinhauen, aber mal schauen, hoffentlich wird's toll. Eure Kombination ist einfach nur krank. Ich hab echt Angst, wegen dem Muffin-Marsohn die ganze Zeit irgendwas anderes nach vorne zu packen, außer was, was resistiert. Das ist so cool, die Rübel haben keine Ahnung, was die Galaktik vorhört. Kannst ja laut vorlesen. Ah, schon vorbei. Ähm, warum hast du dich das gehört? Ähm, dann mal mit dem Frostelka und Kukowai, okay. What? Kukowai kann... Holzhammer? Ja. Auf dem Level schon? Na gut, das... Ich hab ne Idee, was ich die ganze Zeit machen kann. Echt was? Warte, warte, warte. Danke, du hast mir echt geholfen. Hör mal, ich hab hier ein Pokémon ein. Nimmst du es an dich? Nein. Ich hoffe, du nimmst es als Zeichen unserer Freundschaft. Danke, du hast mir echt geholfen. Hör mal, ich hab hier ein Pokémon ein. Nimmst du es an dich? Nein. Ich hoffe, du nimmst es als Zeichen unserer Freundschaft. Danke, du hast mir echt geholfen. Wenn ich jetzt ja klicke, kann ich es eh nicht nehmen. Danke dir. Leider hast du keinen Platz, um einen Spokal aufzunehmen. Hörst du gut, ich warte hier auf dich. Anstatt es zu sagen, wenn ich nein klicke, weißt du? Ja, das geht nicht. Äh, okay. Also... Oh, meine Fresse. Ich dachte, hier lag ein Item. Oh, lackiert ein Verstecktes. Frosthalker holt erstmal den Stachler raus. Zweite Lage. Ui. Sollte jetzt vielleicht nicht mehr auswechseln. Oblakus. Uh, Reptine. Reptine. Wie auch immer. Reptine, Reptine. Reptine, Reptine. Ach nein, das passt nicht. Oh, Macken ist so hilfreich mit seinem Zielschuss, aber immerhin macht es mir keinen Schaden. Da ist der Toxic Orb. Uh, Toxic. Hehehe. Äh. Ach ja, wie für für dein... Für meinen Stollers. Meinst du Toxic ist sinnvoll? Naja. Ist auch nicht anders, oder? Ist das Schwervergift oder? Das ist die Frage. Steh das dabei hoch? Ich geh immer... Ja. Das könntest du eventuell nachlesen. Ist ja nicht so, als hättest du keine Zeit. Ich hab überhaupt keine Zeit. Alter. Komm mir jetzt nicht so, ja? Ich guck mal... Ich guck mal, ob's aus der Item-Beschreibung ersichtlich ist. Jaaaa... Macht das gut. Ja, vergiftet seinen Träger im Kampf schwer. Und dann ist Verbrennung nicht besser eventuell? Ja, doch. Wobei man sagen kann, wenn der Kampf nicht zu lange dauert, ist der Toxic Orb dann schon geil. Ja, das sind drei Runden. Wenn der Kampf länger als drei Runden geht, ist... Oder? Wie viel Schaden macht Verbrennung und wie viel Schaden macht normales Gift? Ich glaub ein Achtel. Ein Achtel, ne? Ja. Und schwere Vergiftung fängt dann bei ein Sechzehntel an, ein Achtel und dann, na... Ab der dritten Runde aufwärts ist, äh, Escalation. Ja, ich würd... Also, eigentlich ist schon geil. Äh, habe ich eine Feuerattacke? Nein. Was ist gegen Käferstahl noch effektiv? Ja, richtig. Genau. Mhm. Wie ist denn das eigentlich, wenn ich dann aus dem Kampf bin und in den nächsten Kampf gehe und vergiftet bleibe? Ist das dann normales Gift? Äh... Oder wird es als Toxin gespaltet? Das ist eine gute Frage, das kann ich dir überhaupt nicht sagen. Ah fuck, ich habe doch ausgewechselt. Ich wundere mich, warum Käse so viel Schaden bekommen hat. Ich bin jetzt auf jeden Fall ein Stahltyp. Das ist wunderbar. Ich muss erstmal heilen. Äh, das war natürlich sehr clever von mir. Hallo Stahltyp. Wow. Seriously. Okay, ich könnte jetzt... Toach! Von dem Schild der Pokémon Arena weggehen. Ich finde das so doof, dass hier automatisch die Schilder lieben. Spiegelsalve bitte nicht auf mich! Och Mensch! So geil, jetzt soll es sich dann sein? Ja... Oh ja... Ich kann jedenfalls Telka gerade nicht viel machen, ehrlich gesagt. Keine Feuerattacke. Ja, habe ich nicht. Schlecht. Ich habe Feuer Odem, hilft das? Hm, 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 hm. Nicht unbedingt. Wenn Kopfstoß auch nicht, Kopfnuss auch nicht, Biss auch nicht. Was hat denn das Ding für Schwächen? Feuer. Auch nur Feuer? Die vierfach, als Vierfachschwäche? Ich glaube, ja. Ich meine, kann sein, kann sein. Hamburger geht bei der Sache. Äh. Scroll, scroll. Ja, super. Und das... Naja, komm, dann... Biss uneffektiv? Biss uneffektiv? Biss uneffektiv? Biss uneffektiv? Ja. Sehr gut. Feier? Hast du auch. Ich habe... Unlicht. Ach lol, bist du jetzt schon in der Arena, oder? Ja, was soll ich machen? Keine Ahnung. Warten. Naja, ich meine, überhaupt irgendein Arenaleiter wartest du ja hoffentlich. Definitiv. Also... Boah man, Magneton! Warum könnt ihr alle wegrufen? Meine... Oh, das zieht ein bisschen mehr ab als bei Rosana. Oh Gott. Oh Gott. Ach, das ist ja auch Level 40 sehe ich gerade. Uh. Das, das ja... Das ist so schlecht. Oh mein Gott. Wenn das nochmal wegruf macht... Käse wäre gerade fast... Oh Gott. Was? Das magne Sohn, Alter. Ah, okay. Crit. Glaub ich. Das hat so viel Schaden, so viel mehr Schaden gemacht als letztes Mal. So geschockt. Ich wechsle auf Dünnerspieß. Bitte, Pion Skorad. Wusste nicht, ob Pion Skorad Verförderung kann. Oder geschweige denn, wer es macht. Oh, ich mach gleich später. Schneller zu sein. Alter. Hast du heute nicht so viel abziehen, genau. Schock gerade. Erstmal verarbeiten. Pion Skorad war Käfergift oder sowas? Ja, ich glaube. Trifft Psystrahl ja neutral und Käferbiss auch, glaube ich. Psystrahl ist sehr effektiv. Echt? Ach ja. Akkupressur. Verteidigung steigt stark. Ja. Kreideschrei. LOL. Das ist nicht sehr effektiv. Ja, gut. Dann mach ich jetzt Psystrahl. Oh Mann. Oh. Nochmal Akkupressur. Spezialverteidigung steigt stark. Ja, das ist scheiße. Mit Spezialangriff hat. Ja, das ist scheiße. Mit Spezialangriff hat. Oh. Was war das denn? Oh? Ach, der Lade. Mh. Mann, man hat ne Sohn. Mann, man hat ne Sohn. Please ey. So, Döner spieß auch Level 40. Muss ich auch gleich erst mal wieder heilen. Und ich bin immer noch bei den Dingern. Jan Mega. Wie schön. Alter, Jan Mega kann auch. Jan Mega kann mutter... Nein, ich komme mutter. Das geht wirklich. Es kam keine Feuerattacke. Also du kannst Burma Dame nicht allzu sehr wehtun. Aber du... Der Prunkensprung von Magnesone ey. Die cheaten doch, oder? Hm? Die cheaten doch. Warum? Zuerst Frustetje, jetzt kommt Kusilla. Ich meine, Kusilla ist jetzt nicht so ne Bedrohung, aber... Aber wegen Kampf, meinst du? Ja. Mhm. Aber Skizzles ist jetzt 14. Wie viel Schaden bekommt Dönerspieß? Wehe, du kritest mir Dönerspieß. Boah! Das war kein Krit, willst du mich verarschen? Ladevorgang? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Kampf jetzt vorbei und es ist im roten Bereich und paralysiert. Alter! Nach dem Kampf nicht mehr. Ja. Zu Glück, aber... Ah, verdammt! Das wollte ich nicht. Ey, jetzt kommt immer noch der Kampf gegen Team Galactic. Was kommt danach noch? Danach kommt eigentlich nix mehr. Okay, dann hab ich immer noch den Kampf. Ich hol Milkshake wieder nach vorne, weil er das glaube ich bis hiermit am besten resistet. Oder wie viel ist die Spezialverteidigung? 79 und Burma Dame 77, aber Milkshake resistet Elektro, oder? Elektro, Elektro? Ja. Ja, dann schicke ich Milkshake wieder nach vorne. Oh Gott, ist das krass. Krass, auch wenn es schon Level 40 ist, aber... Rex, please, oh. Oh Mann. Rüppel 1, Rüppel 2, Rüppel 1, Rüppel 3, macht den Kampf und verliert. Okay. Wie viele Pokémon haben die? Sechs. Auch sechs, oh Gott. Je mehr Pokémon, desto mehr Chancen, dass er Ladungsstoß macht. Schon. Der Ladungsstoß ist eine stärkste Attacke und One hittet fast alle Gegner, aber... Mir macht das auch Schaden. Seemops und Ladybar. Ach, Ladybar Sandsturm. Nice, danke. Oh. Äh, ja komm, Vorsprung auf Seemops. Wobei, Yukon ist mehr speziell angreifend... Ne, warte mal, das kann... Reibels, ne? War relativ ausgeglichen, ja. Okay. Ich glaub normalerweise mehr speziell... Er hält speziell auf jeden Fall ein ganz bisschen aus, aber... Ne, es geht um Angriff. Aber Angriff ist relativ ausgeglichen. Okay. Ich weiß natürlich nicht, wie es bei mir mit dem Wesen war, aber... Bei mir war es ziemlich eben. Jetzt greif ich bis jetzt noch physisch an. Ist gut. Das ist ja... Welchem Level ist es? 37. 35, okay. Ich kann es da schon... Achso, diese... Okay. Nicht viel Schaden. Protogel ist Eisflug, oder? Ja. Eisflug. Dann ist... Das ist ein Flugtrainer. Damit hab ich dann kein Problem. Das ist gut. Tschüss, Protogel. Klutzuck. Boah, das gibt Erfahrung, ey. Guckst du? Nee, das... Protogel. Milchshake ist im... Gleich Level 41. Oh. Sehr vermutlich. Aber es ist halt... Ich mein, ihr momentan stieg... glattende Sohn. Das ist sogar ganz gut. Der eine Trainer ist gleich down. Der sagt, das ist ein Flugtrainer. Der hatte zwei Seemops und ein... Protogel. Das war Eis. Also war ein Eistrainer. Ja. Trotzdem konnte ich jedes Wokon... mit Elektro-Effektiv treffen. Natürlich praktisch, nehm ich. Oh, jetzt... Psycho-Strum. Seemops mit Rauhaut. Ah. Hm. Schandzurm, äh... Sandsturm. Ach ja. Äh... Psycho-Klinge auf Pulsuk. Wo hab ich das denn falsch? Eieieiei. 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 Wer hätte das gedacht? Protogel. Da kann ich nicht drin sein. Schanz. Milchshake. Eieiei. Oh, sichro ist das letzte Pokémon. Krass. Glaubst du schon? Äh... Sichro ist nur Käfer, ne? Käferflug. Natürlich hat Portugiesche Statik. Okay, dann äh... Pelzredend... äh... Funkensprung. Natürlich bin ich paralysiert und kann nicht eingreifen. Oh, wie schön. Ja, Milchshake ist glaube ich bei 41, aber hey. Oh, aber alle meine Pokémon haben das Magnuson überlebt immerhin. Auch wenn's zweimal echt knapp war. Puh. Ist doch gut. Ja. Danke, äh, nimmst du das an dich? Nein, ich hoffe uns... Äh, ja... Ein Kursilla... Okay, da könnte ich theoretisch drin bleiben, will ich aber nicht. Ähm... Äh... Ah, jetzt... ...geht der Aufzug runter. Und wenn wir unten rausgehen, liegt da noch irgendwas? Da liegt... Liegen sie noch... Drei Items. Muss dann den Aufzug wieder hoch. Und... Und... Da liegt ein Item. Dann geht's nach oben in den Raum. Da liegt ein offensichtliches Item und ein Verstecktes. Achso, man kann rausgehen, aber man kann auch in einen raunen Raum... Ja. Okay. Habe es, Platte. Die zweite. Ein Verstecktes... Macho-Band. Was war das denn? Macho-Band. Was ist denn das? Versteckte... Da... Da... 1... 2... 3... 4... 1... Jawel. Jubel-Wall. Jubel-Jubel. Und dann kann ich da raus. Ach, wie schön. Und so hat die nachfliegen. Ach nein, warte. Ah, also. Ohhhh... Okay, hier noch ein Trainer... Jetzt lasse ich Kakao vorne... Oder... Okay, würde ich jetzt mal Erdnuss einsetzen? Welche ganzen Part noch nicht? Ich will gerade erstmal noch heilen... Ja, in der Arena wollte ich Xio natürlich auch benutzen. Sollte doch alles geil sein, oder? Achso, ja, stimmt. Äh... Gut, Luxio brauche ich nicht unbedingt. Burma-Dama wäre auch nett. Da sind halt beide schon 40. Wen hatte ich denn noch? Käse-Canvas? Und ja, das war's. Zucchini halt, Zucchini! Zwei-Kr-Achse-Kini! Äh... Ja... Ich würde sagen, am besten machen wir das so, dass ich jetzt auch in dem Part noch die Arena irgendwie so weit mache, dass wir im nächsten Part dann den Kampf machen könnten. Mal schauen. Es sind einige Trainer. Ah, okay. Weiß nicht, ob das das wird. Das weiß ich auch nicht. Aber da müssen wir auf jeden Fall voraus sein. Äh, was war das nochmal? Psycho, ne? Äh... Oh, das Psijana hat mir halt echt auf die Schnauze gehauen. Ein Schneebedeck. Äh... Stahl... Ich weiß... Auch nur ein Pokémon. Oh, Pupanz. Äh, ist aber... Immer noch... Bisseffektiv eigentlich. Level 37 kann hoffentlich nichts krasses. Oh, der Biss reicht aus. Nice. Käse erreicht Level 39? Nee. Niederschmetternd, ja. Stimmt, das sind Psycho-Arena, ne? Ja. Ich war vorhin irgendwie auf Drache. Zu Drache. Aber deshalb bist du schon, ne? Genau. Genau. Oh Gott, die ganzen Aufzüge und alles. Och, lol. Okay. Ich glaube, ich habe alles durch. Krass. Wie viele sind es? 25? Sieben? Wie viele davon haben denn nur ein Pokémon? Lammus Level 40? Ich glaube, es hat... Äh, das kann Aquavelle bestimmt, ne? Das kann ja gut sein. Aquavelle könnte Käse schon raus. Aber ich kann jetzt... Ich fühle jetzt immer sowas... Mach Biss. Oh, bitte, bitte! Nicht mal über die Hälfte willst du mich! Amos ist ja defensiv schon... Strahl. Ja, trotzdem. Und der Zen-Kopfstoß? Farbwechsel, jetzt bin ich Typ Psycho. Nice. Ich weiß, dass du jetzt ein Zen-Kopfstoß macht weniger Schaden. Auch das hatte ich eh keinen Step. Kopfschutz, Aquarell, Zen-Kopfstoß, Panzerschutz. Okay, ich habe es gekrittet. Sei froh, Level 41 war das Tageliebler. Oh, was war das? Eilen. Wie halt? Uh. Oh, okay. Dann bin ich froh. Das hat halt Zen-Kopfstoß gemacht und ich bin dank dem Farbwetzel erstmal, ne? Mhm. Psycho geworden. Ah, dadadadada. Es ist 39 Käse jetzt. Wenn ich hier noch ein bisschen was machen kann, na? Superschutz habe ich jetzt eingesetzt, anstatt... Wir sind jetzt alle bis auf Hamburger Level 40. Ja, okay. Hamburger Level 39. Und ja. Ich könnte ihn vielleicht außerhalb des Kampfes... ... 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